heute bin ich nicht zu hause sondern in bonn ich besuche hier zwei junge leute die in ganz besonderen plan haben die wollen eine sogenannte market gardening gärtnerei eröffnen wir haben jetzt die möglichkeit die ganz von anfang zu begleiten bei dem projekt ich kenne die leute nicht habe einmal mit denen telefoniert und bin hier schon glaube ich am richtigen grundstück und ich gucke jetzt mal ob ich die beiden finde hallo zusammen sascha ihr seid natalie und leo richtig ist genau und habe direkt mal arbeit mitgebracht genau unsere bäume ist das hier schon das stück genau wir stehen jetzt direkt neben dem acker darüber reden wir heute hier soll nämlich in kürze eine gärtnerei eine market gardening fläche entstehen genau ich finde das ist ein sehr spannendes thema weil in deutschland passiert da gerade eine ganze menge viele markt gärtnereien entstehen was ist das kommt aus dem englischen von market gardening sehr kleine flächen in der regel noch kleiner als die von marcel hier sind es glaube ich einmal 2000 hinten noch mal 400 quadratmeter und die beiden wollen hier genau so eine gärtnerei eröffnen ist dann für den direktvertrieb kennt er vielleicht mit gemüsekisten teilweise auch solidarisch dass leute so ein abo kaufen können vorher wir reden jetzt mal was hier geplant ist wie man überhaupt dazu kommt und ja im großen und ganzen ist das ja ein oder zwei nummern über dem normalen gemüse garten aber ihr habt jetzt keine traktoren genau wir machen alles per hand beziehungsweise mit kleineren garten geräten du bist aber nicht ganz fachfremd du studierst und zwar was ich studiere nutzpflanzenwissenschaften heißt der genaue bereich also ist ein teilbereich der agrarwissenschaften natalia du kommst nicht aus der landwirtschaft oder hast du studiert was machst du nein ich studiere bwl betrittwirtschaftslehre genau und das würde ich sagen das passt aber ganz gut weil anbauen die ganzen sachen ist eine sache aber ihr wollt sie auch vermarkten irgendwie und ja da ergänzt ihr euch glaube ich ganz gut ja das stimmt also ich lerne viel über die kommunikation mit dem kunden und organisationsentwicklung und das hilft also das passt sehr gut zusammen gib uns doch mal so ein paar eckpunkte von diesem projekt also der acker wo wir hier drauf das ist der neue da stehen jetzt sollte der vorpächter noch so winter leguminosen schon sehr praktisch stickstoff wachsen auch sehr gut im winter das sind 2000 quadratmeter hinten das stück das sind 400 wie lange habt ihr das schon das haben wir seit diesem jahr erst und wir haben vorher auch beziehungsweise ich habe vorher schon auch einen kleinen acker gehabt und habe da viele sachen ausprobiert vorher kennst du also auch schon die ersten probleme genau du weißt auch dass mit der zeit viele probleme kommen können ja absolut hat man ja dieses jahr gesehen sehr viele regen sehr viele pilzkrankheiten ist das ganze dann so dass das euer haupt erwerb werden soll oder muss das nebenbei laufen weil ich 2000 oder zweieinhalb tausend das ist jetzt nicht so viel wir werden das beide nebenerwerbs mäßig machen damit es einfach eine sicherheit gibt für uns beide aber das ganze das wird dann schon ein gewerbe das ist wie die landwirtschaft auch noch so eine kleine fläche richtig es wird als landwirtschaft angemeldet dann hier stehen schon praktischerweise drei stühle wir setzen uns jetzt mal und reden auch über so praktische sachen wie b einteilungen wie die genaue planung ist düngung mulchen und so weiter und am ende helfe ich euch noch bei den bäumen ja super ihr wisst aber schon was ihr euch damit antut oder mit der arbeit ja ist ja bei mir also man geht total euphorisch da dran im hobby garten ja gar nicht so schlimm aber irgendwann im sommer merkt man dann ist kein wasser da dann keine ahnung hier habt ihr vielleicht auch irgendwelche wildschweine oder rehe die euch aufs grundstück kommen und alles platt fressen alles mit eingedacht ein berechnet schon oder erst mal auf euch zukommen lassen ja also man lässt es ein bisschen auf sich zukommen natürlich aber wir haben ja die fläche auch dieses jahr schon gemacht haben auch schon so ein bisschen was hier und da verkauft und deswegen habe ich schon so eine grobe einordnung womit ich zu rechnen habe aber natürlich ist jedes jahr halt anders geht das erste was ich bei so einer fläche mache ist ich gucke wie verläuft die sonne haben wir eben schon mal im kompass geguckt ist von von da nach da genau das zweite ich gucke mir den boden an und bin ja kein bodenexperte aber das sind sandboden ist das genau eigentlich hier in bonn sind die böden gar nicht so sandig oder hier bei uns im rheinland aber wie kommt es das ist das ist ja extrem also eigentlich sind hier richtig gute löst bilden in der gegend aber hier an diesem standort gibt es sehr sandige böden weil hier anscheinend eine ein ausläufer vom rhein mal gelegen hat okay und deswegen ist der boden herr ist sehr sandig heißt natürlich dann in der konsequenz der wird so wie er ist erstmal nicht so gut wasser und nährstoffe speichern können deshalb auch hier ganz wichtig gründüngung hast du dann noch mehr oder habt ihr dann noch mehr geplant den humus anteil aufzubauen ja also das ist ein super wichtiger teil von dem ganzen projekt weil wir werden sehr viel kompost bestellen und dann werden wir den einarbeiten so dass halt sehr viel kohlenstoff in den boden im boden fixiert wird hast du schon planen wie du diese fläche hier aufteilen möchtest weil hinten die sachen haben wir uns ja gerade schon mal angeschaut das sieht alles schon mal sehr schön aus sehr sehr gut viel winterkohl habt ihr da stehen kleinen tunnel was ist hierfür geplant also hier machen wir im prinzip das oder sowas ähnliches wie auf dem kleineren stück nur in der größeren dimension also es soll auf jeden fall ein größerer tunnel hierhin kommen wenn wir anschaffen und dann werden wir diese standard beete marktgärtnerei standardbreite also das sind dann so 75 zentimeter mit 45 zentimeter abstand anlegen okay dazu vielleicht ich hatte ja vor zwei drei jahren noch gesagt so ein ideales beetmaß sind 60 oder 1 meter 20 inzwischen habe ich mich überzeugen lassen 75 das hat wirklich vorteile mit der broadfog diesen ja alle oder grillinette broadfog grabe gabel die sind ja 60 breit das heißt 75 das sind an beiden seiten noch 7,5 zentimeter und die reißt das an den seiten einfach mit hoch die wegbreite von den 45 das macht man wegen weißt du wie es dazu kam schubkarre oder schubkarre bestimmt auch aber man ist es die ideale breite damit man sich dazwischen hin hocken kann ohne dass man die kulturen berührt ich werde das hier wahrscheinlich so machen dass ich hier sportrasen aussehe der selber sich nicht weiter ausbreitet sondern an der stelle bleibt den kann man dann mähen und dann hat man eine gleichmäßige bodenbedeckung okay wie kriegst du denn den rasen dass der sich nicht ist ist er einfach so gezüchtet der soweit ich weiß ist er so gezüchtet dass er sich nicht so ausbreitet wie normaler rasen okay das verstanden das heißt sportrasen ja genau für so für fußballfelder und sowas ist das glaube ich die gleiche sorte ich weiß es nicht genau tatsächlich ich wollte das mal ausprobieren falls es nicht klappen sollte werde ich dann in material noch ausbringen entweder stroh oder mulch aber keine steinwege nein das wäre ein bisschen viel material der rein muss vorteil bei diesen gras wegen ist auch wenn man die dann mäht man hat immer so ein bisschen mulch material wie ist da der plan bist du jetzt so ein hardcore mulcher oder sagst du ja da wo es angebracht werden was geht aber auch ohne ich werde es wahrscheinlich überall machen weil dieser dieses jahr habe ich die erfahrung gemacht ich habe gemulcht und dann gab sehr viel regen und darunter ist es teilweise gefault das zum beispiel beim knoblauch deswegen werde ich das nächstes jahr ein bisschen vorsichtiger angehen erst mal gucken genau richtig diese hauptbeete das ist ja das für den ertrag für die für eure kunden dann hinterher ihr wollt ihr so kisten machen reden wir gleich noch mal drüber aber das sind ja alles sachen die sofort geerntet werden ihr wolltet aber auch noch einen permakulturbereich machen genau wir werden einmal diese standardbeete anlegen und in die mitte wollen wir einen permakulturbereich machen das heißt hügelbeete die dann gemulcht sind und wo wir dann halt ausdauernde kulturen haben zum beispiel viele kräuter und sträucher natalia du bist für die vermarktung zuständig wie ist denn da der plan hast du schon mal ausgerechnet wenn ihr so ein kistenmodell machen wollt ist das ein abo modell ja das ist ein abo modell also erstmal müssen wir natürlich kunden finden das machen wir dann mit hilfe sozialen medien also wenn ihr aus bonn und umgebung seit bonn bornheim und so ich verlinke mal das instagram profil von den beiden da könnt ihr kontakt mit denen aufnehmen falls ihr zum beispiel regionale landwirtschaft direkt vom erzeuger unterstützen wollt und könnt ihr ein bisschen mit denen quatschen dann werden wir die sachen also das gemüse hier ernten und gemüse kisten machen und zu einer abholstation bringen in bonn wo dann die menschen ja die borne diese gemüse kisten abholen konnten ich weiß von vielen solidarischen landwirtschaften da haben die leute die da diese abos kaufen auch spaß daran ab und zu mal mit auf dem feld zu helfen ist das eingeplant oder ja also wir werden uns auch freuen wenn wir so eine gartenführung machen das machen wir auch das bieten wir an bei unserem crowdfund projekt und ja also genau wenn jemand etwas lernen möchte oder helfen helfen auch werden wir uns aber herzlich willkommen immer gut aber die arbeit die hier passieren soll ist so eingerichtet dass ihr zwei das auch ohne fremde hilfe schafft ja genau also ohne arbeitshilfe ohne arbeitshilfe also das glaube ich schaffen wir schon also wir sind bald fertig mit dem studium und wir haben ja so kleine nebenjobs aber ansonsten schaffen wir das hier wir hatten am telefon ja doch schon darüber gesprochen ich habe dich gefragt möchtest du dann auch winterkulturen weil hinten in dem garten da steht ja super viel der von rosenkohl palmkohl alles mit dem portugiesischen kohl butterkohl habe ich so auch noch nicht der sieht super aus und du meintest erst mal wollt ihr das nur für die sommermonate ich arbeite noch dran ich versuche die beiden zu überzeugen dass winter winterkulturen tolle sache sind bisschen mehr mit risiko aber ja ja also wir sind auf jeden fall offen für winterkulturen ist kein ausschlusskriterium weil ich glaube gerade in diesem bereich dass es den leuten super wichtig ist im winter wo alles nur aus spanien portugal holland aus den gewächshäusern kommen da wenn es ein bisschen strauß rucola blatt voll strauß voll blattkohl ist das ist super wichtig für die und ja denkt mal drüber nach ja reden wir über die kulturen das ja besonders interessant was wird dann so das erste sein das erste was wir wahrscheinlich sehen ist sind die erbsen die zuckererbsen ok und dicke bohnen dicke bohnen genau die kann man hier genau super im rheinland dann können ab april schon die kartoffeln ja schon vorher kriegst du aber kohl kohl rabbi rucola kriegst du ja schon ab märz in den boden genau das können wir machen außerdem wenn wir das gewächshaus haben können wir da vielleicht auch schon mal gucken weil wir haben auch das gewächshaus von dem letzten jahr noch und da werden wahrscheinlich erstmal ein paar sachen schon vorziehen und vielleicht auch ein paar kräuter oder sowas schon anfangen dann werdet ihr mit zwiebeln und wenn ja säen oder stecken wir werden jetzt wahrscheinlich dieses jahr dann also nächstes jahr dann direkt sehen beziehungsweise werden nicht stecken weil wir haben jetzt schlechte erfahrungen gemacht dieses jahr mit steckzwiebeln und uns dann eher fokussieren auf frühlingszwiebeln also lauchzwiebeln also dann so kleine bünde machen genau auch super für die also gar nicht hinterher für die zwiebel ernte sondern genau dann so kontinuierlich dass wir eben diese lauchzwiebeln ernten können süßkartoffeln habe ich ganz vergessen ja das habe ich hier ausprobiert und es hat sehr gut geklappt jetzt tatsächlich ich glaube was auch ganz wichtig für potenzielle kunden ist in bohnen da habt ihr hinten dieses bohnen tipi stehen genau wir werden auf jeden fall bohnen haben einmal stangenbohnen werden wir machen auf jeden fall und viele buschbohnen also das ist immer eine gute kultur die schnell wächst wenig ansprüche hat und dann werde ich auch noch ausprobieren mit verschiedenen verschiedenen variationen einfach was ist mit solchen südlichen sachen wie paprika tomate chilis auberginen funktionieren auch teilweise im freiland funktionieren aber da bin ich ein bisschen vorsichtig also vor allem bei tomaten wegen der krautfäule war ja dieses jahr ziemlich schlimm deswegen werde ich das meiste dann auf jeden fall in den tunnel pflanzen also tomaten paprika aubergine chili auch und genau wesentlicher aspekt der arbeit die sohn garten im sommer macht ist natürlich das gießen bewässern und ich glaube nicht dass ihr hier nur gießkannen schleppen wollte oder gar keinen fall wie ist der plan also wir wollen auf jeden fall eine bewässerung hier installieren habt ihr einen frechwasseranschluss irgendwo ja also hier gibt es einen brunnen anschluss an dem haus da bekommen wir auf jeden fall wasser her und wir werden dann auf jeden fall eine tröpfchenbewässerung installieren auf jeden fall im tunnel über schwerkraft das heißt wir werden dann zwei ibc tanks da hinstellen erhöht auf alle fälle zu haben genau könnt ihr euch bei mir angucken habe ich installiert könnt euch bei mir einen frechen wenn ihr mal in der gegenseit auch gerne mal anschauen ja und und draußen draußen werden wir dann mal gucken entweder machen sprengler wobei das relativ viel wasserverschwendung ist dann oder eben auch eine tröpfchenbewässerung hast schon mal die option das ist ja immer so ein bisschen man will ja eigentlich kein plastik haben aber ein super mehrwert was arbeitserleichterung anbelangt ist dieses bändchen gewebe und da löcher rein zum beispiel für für salate oder sowas ist es auch vom vom ernten viel einfacher durch die schwarze das schwarze gewebe erwärmt sich das erdreich schneller du kannst löcher reinbrennen da schon mal drüber nachgedacht auf jeden fall darüber nachgedacht ja also es wäre eine option ich glaube ich bringe euch beim nächsten besuch einfach mal so eine rolle mit dann legen wir das mal hier hin und da könnt ihr immer so ein ab test machen so viel zu der projektvorstellung wie gesagt ich sehe die beiden heute zum ersten mal habe aber ein gutes gefühl dass die beiden auch durchhaltevermögen haben weiß man ja nie ich denke es ist auch viele market gärtnereien so markt gärtnereien die dann einfach nach einem halben jahr weil zu viel arbeit wieder verschwinden weiß man nicht aber wir werden es auf jeden fall durchziehen sehr gut und den grundstein dazu da habe ich euch jetzt bei paar bäume pflanzen genau damit fangen wir mal an also ich muss sagen ich bin kein experte für bäume du hast es auch nicht im studium gelernt also ist jetzt so ein bisschen du hast dich aber schlau gemacht genau und ich habe auch schon vorher ein baum zwei bäume gepflanzt auf dem anderen grundstück das heißt wie tief würdest du jetzt hier das loch machen das loch soll gar nicht so tief sein weil hier die veredelungsstelle genau das heißt es soll auch wirklich nur also unter der veredelungsstelle muss auf jeden fall sein da würde ich sagen wenn du nur so ein bisschen ein da ist natürlich gefahr dass der um gibt deshalb dachlatten zum zum fixieren genau wir haben diese flöcke da bleibt er auch stehen und irgendein band dann so ein kokos kokos schnur gut in das pflanzloch ihr habt hier so sandige erde hier das heißt das pflanzloch machen wird einfach aber kommt da noch was rein ja wir fügen da gleich noch ein bisschen humus also kompost rein gut auf geht's wo kommt der hin wo wir den dann direkt hier an die ecke stellen so was hattet ihr mit den bäumen ihr hattet die vorgabe ein meter weg zur grundstücksgrenze richtig und ein paar meter abstand sollten die haben ja genau habt ihr die sorten ich sehe kein schild dran irgendwo notiert ich weiß die sorte welche ist das das ist die gräfin aus paris ok das wird jetzt die gräfin aus bonn ja die bieren haben immer so sehr abgefahrene namen machst das loch jetzt etwas tiefer weil da kommt noch kompost rein genau und der boden soll auch ein bisschen vorgelockert sein damit die wurzeln sich ausbreiten können dann im sommer das sollte wirklich nicht so tief eigentlich also ist schon okay dann nur bis hier eigentlich also ich würde noch ein paar zentimeter mehr und kompost weil wenn du jetzt kompost rein füllt dass auch was da drunter ist oder zumindest noch darunter einen spaten tief anlockern das sieht doch gut aus ja dann müssen wir noch so eine mulde machen ein gießring genau das vielleicht auch ein bisschen größer man macht gibt da sicherlich professionellere sachen so was anzubinden der marcel wollte mir das auch mal zeigen machen wir bestimmt noch mal so ein video darüber ein drei bock mit drei von diesen sachen spezielle bindetechnik und so weiter aber für so einen kleinen baum vor allem jetzt im winter wo noch keine blätter was soll denn da großes passieren wenn ihr sehen wollen wie es hier mit den beiden und ihrer marktgärtnerei weitergeht abonniert diesen kanal hatten eben schon mal besprochen ich komme dann zb im frühjahr mal wieder und gucke immer mal wie hier der fortschritt ist und ganz aktuell natürlich bei den beiden auf dem gerade eingeblendeten instagram profil wo dann sicher immer ganz aktuelle sachen sind und wie gesagt wenn ihr hier aus bonn bornheim und umgebung seid und ein bisschen direkt erzeuger unterstützen wollt dann sprecht doch mal mit den beiden ob ihr vielleicht nicht ein abnehmer deren gemüse kisten sein werden könntet vielleicht ja ja in diesem sinne wie immer hat euch dieses video gefallen gebt ihm einen daumen nach oben das haben wir eben geübt schreibt uns die kommentare empfehlt diesen kanal weiter und noch eine schöne adventszeit und dann hoffentlich bis zum nächsten mal macht's gut und ciao